Ganz vorsichtig ist der DAX aktuell unterwegs. Er hat sich noch nicht so richtig getraut, über die fallende Trendlinie hinaus zu gucken. Wir hatten die mehrfach schon erwähnt. Eigentlich bin ich ja nicht so der Trendlinien Fan, aber weil diese so exakt vorher schon angesteuert war, ist das sicherlich nicht bedeutungslos, was das aktuelle Geschehen angeht. Wir sehen, wenn wir ganz genau hingucken, hier auf Tagesebene hier oben rechts, seht ihr das. So ein bisschen sind wir drüber. Ein kleines bisschen sind wir schon drüber. Da weiß ich noch nicht, ob wir da jetzt pipslicher als der Papst sein müssen. Da sind wir sicherlich noch im Einflussfaktor dieser Linie. Da wäre ich jetzt noch vorsichtig im Sinne von, die haben wir jetzt gebrochen, jetzt geht es richtig nach oben rund. Und trotz alledem, es gibt nichts Negatives hier zu sehen im Chart. Wir sehen auch, dass wir in den kleineren Zeitebenen, 15 Minuten, immer noch drei Welle hier. Wir hatten es gestern ja schon angesprochen. Zum Teil waren die ja gestern schon da. Ihr seht, es sind alles drei Welle. A, B, C. Zack, hier A, B, C. Auch hier wieder A, B, C. Also noch alles in Ordnung, aber immer noch der Einflussbereich und die Chance, dass der Kurs hier jetzt dreht. Das hängt natürlich auch von Amerika ab. Bevor wir da aber gucken, ganz kurzer Blick auf den Terminkalender. Wir hatten ja heute schon ein bisschen zahlenmäßig was unterwegs. Ganz wichtig natürlich der Zinsschritt der EZB. Ihr seht das hier auf 2,0. Das war auch so erwartet worden. Insofern keine Überraschung. Aber das haben wir jetzt wirklich fix eingetütet. Und dementsprechend ist das klarer Bestandteil des aktuellen Marktgeschehens. Zudem gab es noch ein paar andere Daten jetzt hier aus Amerika. Aber alle haben dafür gesorgt, dass der Markt nach wie vor auf der Aufwärtsseite unterwegs ist. Gucken wir mal den Dow Jones an. Der hat sich weiter noch ein bisschen in Richtung dieser Zone hier fortgearbeitet. Ich habe mal das Geschmiere. Das können wir mal rausnehmen hier unten. Aber das Geschmiere hier extra drin gelassen. Das ist ja so halbwegs das Ziel, dass wir da oben irgendwie hinkommen. Und dann wird entschieden, ob der Kurs nach unten abprallt oder ob er sich tatsächlich nach oben da durchsetzt. Also weiterhin die Aufwärtsrichtung. Auch hier gilt, so richtig Schwäche scheint sich noch nicht zu zeigen hier in der Aufwärtsbewegung. Da müssen wir noch wahrscheinlich ein klein bisschen abwarten, bis wir da Informationen tatsächlich bekommen, ob der Kurs da dreht oder nicht. Und da ist jetzt die große Hoffnung sicherlich im S&P 500. Denn der, ihr seht das, hat noch viel Platz bis zu seiner Trendlinie. Das bedeutet allerdings nicht, dass er jetzt auch in einem Rutsch da hoch muss. Es ist natürlich denkbar, dass er zwischendurch immer mal wieder Päuschen macht, so wie wir das hier im Viertelstunden- oder Fünf-Minuten-Chart sehen. So kann es natürlich sein, dass er hier zwischendurch mal so ein bisschen runterkommt. Aber solange das eher korrektiv aussieht, ist das eher ein gutes Zeichen. So, was bedeutet das jetzt für heute Nachmittag? Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Kurs, wenn ich dieses Muster hier angucke, so richtig euphorisch sieht der Markt ja noch nicht aus, dass er noch mal ein wenig runterkommt. Das wäre jetzt auch nicht so sehr absonderlich. Also irgendwie so eine Bewegung, die wir in diese Richtung haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wären so ungefähr 3.800. Kann auch ein bisschen höher, ein bisschen tiefer sein. Aber sowas in dieser Richtung. Soll man also jetzt shorten? Naja, von pauschal irgendwie was aufmachen, nur weil da so eine Richtung mal eingezeichnet ist. Da bin ich kein großer Freund davon. Was hätte man an sinnvolle Trigger? Natürlich, was immer geht, ist, wenn ihr sowas seht und anschließend wackelig hoch, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Ding, um das zu handeln. Das haben wir hier jetzt eigentlich nicht so sehr. Auch streng genommen nicht hier. Wenn ihr sagt, das ist eine A, dann haben wir hier eine Dreiwilligkeit. Kann ich nachvollziehen. Aber wir haben hier nicht fallende, Entschuldigung, steigende Tiefs und auch keine steigenden Hochs. Das wäre aber ja in so einem Verhaltensmuster gegeben. Das ist deshalb aus doppelter Sicht unattraktiv, weil die Verwechslungsgefahr mit etwas anderem doch relativ groß ist. Und weil die Chance-Risiko-Verhältnisse für ein Trade dieser Art nicht mehr so attraktiv sind. Also wir sehen, der Kurs fällt jetzt hier gerade. Zwar ein gutes Stück. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er eben auch noch weiter runter geht. Der muss nicht an dieser Stelle drehen. Auch hier hätten wir nochmal eine Unterstützung. Das ist dann 3,87 ungefähr so in dieser Richtung hier in etwa oder 85, nee 90 ist es, sorry, hier auf diesem Niveau. Also da denke ich mal, hätten wir eine realistische Chance, dass der Kurs dann mal anfängt, über den Dreh wieder nachzudenken. Im Sinne von vorne, hinten mal sehen, ob der Kurs da wieder drehen kann. Insgesamt bleibt es aber zumindest mal erkennbar im Bullenmarkt, solange nicht irgendwie massiv was durchstoßen wird. Das ist so eine erste Indikation des 3.777 hier im Future. Ihr seht, das sind die Zwischenhochs hier 18. Oktober ungefähr. Weil dann sind wir dann wieder in der Überlappung drin. Und wir wollen ja möglichst wenig überlappend sein. Und je weniger Überschneidungen wir haben, desto besser ist es in der Chance, dass der Kurs nach oben geht. Durchstößte aber das, wäre das zumindest mal kein sehr gutes Zeichen und würde die Sorge, dass er als nächstes diese Marke hier ansteuert, wieder aufkeimen lassen. Und wenn diese durchstoßen wird, dann diese auch. Also wir hätten quasi so eine Art Frühtest, wird die Marke ungefähr bei 3.777 hier durchstoßen, dann wird es relativ typisch sogar, dass diese Marke da unten nochmal angesteuert wird. Und noch tiefer vielleicht sogar. Das werden wir dann sehen, aber zumindest mal vorläufig hier auf der Abwärtsseite. Das hielte ich zumindest mal für sehr, sehr nachvollziehbar. Deshalb sollte man das da auf seinem Plan mal drauf haben. Für all die Kritiker, die natürlich jetzt berechtigt nachfragen, aber die Linie macht doch keine Entscheidung. Das ist völlig richtig. Die Linie ist ein totes Material. Was die Entscheidung fällt, ist ein Marktteilnehmer. Wenn der nämlich jetzt in diesem Bereich dann sagt, okay, wir gehen da jetzt dann wieder aggressiv auf die Short-Seite, weil ich meine Stops eventuell dort liegen habe. Und das sind so typische Marken, wo viele Marktteilnehmer ihre Stops haben. Da müssen wir damit rechnen, dass der Kurs da in den Dreh wieder reinkommt. Und dann wird auch die Abwärtsseite nochmal wieder ganz schön relevant. Aber oberhalb dieser Marke würde ich sagen, ist es alles erst nochmal einigermaßen safe. Wäre es ein normaler Rücksetzer, der ja auch in dieser Aufwärtsbewegung passieren kann, also noch kein Grund zur Trauer oder zu großen Sorge. Der Nasdaq stößt dabei so ungefähr in das gleiche Horn, aber das Interessante daran ist, und das ist das, was Sorgen bereiten sollte, nicht so sehr, dass wir jetzt hier stark runterkommen, das ist noch alles gedeckt durch die einfache Korrektur, die wir jetzt hier vielleicht zu erwarten haben nach dem Anstieg. Aber, dass dieser Anstieg natürlich bei allen Indizes, die wir uns angeguckt haben, relativ korrektiv aussieht, am stärksten in der Korrektur allerdings aussieht beim Nasdaq. Und das ist etwas, was Sorge bereitet. Erstens mal, weil wir wissen, dass viele wichtige, relevante Titel im Nasdaq enthalten sind, die auch den Gesamtmarkt durchaus drehen können. Denkt man Tesla, Apple und so weiter, Microsoft, Amazon, Google, wie sie alle heißen. Und, dass diese Bewegung so korrektiv aussieht, wie bei keinem anderen der Indizes. Bei manchen hat man ja den Eindruck, ja, so ein bisschen überlappend, überschneidend, korrektiv hoch, aber doch relativ stark noch. Aber wir sehen, dass der Nasdaq in diese Zone, die wir da haben, die sehr weit gefächert ist, also überhaupt nicht diese Anziehungskraft hat, wie jetzt so eine fixe Linie beim DAX oder S&P 500, dass wir da auch noch ein gutes Stück von unten oder unten entfernt sind. Und der Markt eben auch diese Überschneidung jetzt hier auch schon wieder hat. Das ist anders beim S&P, da waren wir noch überlappungsfrei. Schaut es euch nochmal an. Das sieht nicht gut aus. Achten sollten wir auf das Zwischentief 10, 950 ungefähr, was wir hier so um den 20. Oktober rum hatten beim Future. Wenn die Marke fällt, bin ich mir auch ziemlich sicher, dann müssen wir ernsthaft über Bereiche hier unten drunter, also nochmal neue Tiefs in diesem Jahr hier ganz fix einkalkulieren. Also, die Voraussetzungen sind nicht wirklich perfekt. Die Chance besteht, dass der Kurs zwar noch ein bisschen weiter hoch geht, im Rahmen einer typischen Korrektur. Wir haben beim Nasdaq erst gerade die 38,20er gesehen, was theoretisch für eine Korrektur dieser Abwärtsbewegung vollkommen ausreichen würde. Also, wer jetzt hier sieht, naja, wir sind ja so halbwegs fünffällig hier runter, eine Korrektur bis dahin ist zwar Minimumbereich grundsätzlich, aber sie ist ausreichend. Also, es spricht einiges dafür, dass wir uns nochmal warm anziehen müssen. Behaltet diese Tiefmarken im Blick. Dreht der Markt vorher, vielleicht auch im Rahmen dieser Trendkanallinie, die können wir auch nochmal hier so halbwegs einzeichnen. Nur so als Orientierung, aber ihr seht schon, wo das Problem liegt. Entweder stimmt es oben, dann ist es unten doof, oder wir machen es unten passend. Also, wir müssen uns das so zurechtlügen, und deshalb ist das keine konkrete Marke, die ich jetzt hier, wo ich sage, exakt an der Stelle ist ein Dreh. Je nachdem, mache ich es jetzt hier auf den Tiefpunkt, dann ist es ein bisschen steiler, dann ist dieser Punkt bald erreicht. Ihr seht das da, da, dann sind wir hier vorne ganz gut, da nicht so ganz. Also, wir kommen so halbwegs in den Bereich rein. Machen wir das mal so einigermaßen. Da in diesem Bereich, das ist in Punkten gesprochen 11.220, aber bitte jetzt nicht pünktlich nehmen, bitte nicht jetzt ganz genau nehmen, von wegen, ah, da ist jetzt ein Punkt runter. Aber in dieser Zone, also wenn er da noch abprallt, alles gut, aber wenn er da auch noch durchmarschiert, denkt an dieses Tief hier, denkt daran, dass das hier ist. Also, es kann nochmal zum Warm anziehen werden. Also, da ist noch längst nicht alles positiv. Nasdaq, das schlechteste Bild, S&P noch safe, aber da haben wir die Marken genannt. Dow Jones sieht noch gut aus. Da gibt es noch keine echte Anzeichen für die Abwärtsseite, aber er nähert sich auch so langsam seine Widerstandszone und der DAX ist genau an dieser Widerstandszone. Es gilt also jetzt. Also kein Grund, jetzt in dem Moment auf die Long-Seite zu wechseln und zu sagen, boah, da kaufe ich jetzt massiv, das sieht gut aus. Ich glaube, die Aussichten sind nicht optimal dafür und wir müssen damit rechnen, dass wir nochmal einen Rücksetzer kriegen. Je korrektiver er aussieht, desto besser sind die Chancen, nachher eine gute Long-Position nochmal zu bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg.